Musik Schon von meiner aktuellen Beirut-Reise habe ich eine Vision gehabt, eine mobile Klinik aufzubauen. Sie sollte ja ärmste und schwächste Flüchtlinge, obdachloser und körperlich behinderte Menschen aufsuchen und kostenlos behandeln. Musik Denn nebst der katastrophalen medizinischen Versorgung der eigenen Bevölkerung beherbergt der Libanon über eine Million Flüchtlinge in unübersichtlichen Siedlungen und Camps über das ganze Land verstreut. Unter ihnen sind auffällig viele körperlich behinderte Kinder und Erwachsene, die keine ausreichende medizinische Betreuung erhalten. Zu der bereits katastrophalen Situation ist die verheerende Explosion am 4. August dazugekommen. Sie hat das wirtschaftlich geschwächte Land mit voller Härte getroffen. Musik Die Arme sind mit einem Schlag noch ärmer geworden. Behinderte und kranke Menschen haben fast jede Hoffnung auf Unterstützung verloren. Musik Mir war klar, dass jede Hilfe an Ort gebraucht wird. So habe ich meine Koffer gepackt und bin sofort auf Beirut gereist. Und jetzt hier angekommen, ist mir sehr bewusst, dass unsere Hilfe notwendig ist. Musik Der Umbau von einem Wohnmobil, einrichtig und erstausstattig, kostet uns insgesamt 45'000 Franken. Das ist ein Ziel, das wir nur gemeinsam erreichen können. Musik Darum bitte ich dich, hilf uns, damit sie möglichst schnell in Wirklichkeit wird. Unterstütze uns im Crowdfunding und bring damit kostenlose medizinische Hilfe auf die Strassen Libanons. Wurder Free fährt dieses Jahr seinen 5. Geburtstag. Hilf uns, damit der Traum von der Villaklinik wahr werden kann. Vielen grenzenlosen Dank für deine Unterstützung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020